In diesem Video geht es um einen Datensatz, den man dazu benutzt, um neuronale Netze zu trainieren und zu evaluieren. Und wir schauen uns den berühmten MNIST-Datensatz an, wo man handgeschriebene Ziffern als kleine Bilder vorliegen hat und dazu das dazugehörige Label, also die Ziffer 5 und dann eben Label 5, die Ziffer 9 und Label 9. MNIST steht für Modified National Institute of Standards and Technology Database oder Dataset und wie so oft ist ein bekannter Name involviert, nämlich Jan Lequin. Der hat maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Datensatz in seiner jetzigen Form verfügbar ist und ist natürlich auch sozusagen der Vater der Konvolutionsnetze. Der MNIST-Datensatz ist so weit verbreitet und wird so häufig in Lehre und Training eingesetzt, dass man ihn auch das Hello World, das Machine Learning nennt. Was genau ist da drin enthalten? Wir haben Bilder in einer Auflösung von 28x28 Pixel, also sehr kleine Bilder und jeder Pixel ist ein Graustufenwert zwischen 0 und 255. Insgesamt haben wir 70.000 Bilder, davon 60.000, die fürs Training gedacht sind und 10.000, die fürs Testen gedacht sind. Hier sehen wir, wie die Daten benutzt werden sollen, später in einem neuronalen Netz. Wir haben also hier die 28x28 Pixel. Ein neuronales Netz im Sinne eines Feed-Forward-Netzes braucht in seiner Eingabeschicht eine einzige Abfolge von Neuronen. Neuronen. 28x28 ist 784 und das heißt, wir müssen diese Matrix, diesen zweidimensionalen Array, vorher linearisieren, damit wir das verwenden können. Und wir sehen jetzt hier ein Beispiel eines neuronalen Netzes mit 128 Neuronen in der versteckten Schicht. Und auch ganz wichtig, zum Schluss haben wir 10 Neuronen, die die Ausgabe darstellen sollen. Das Neuron, das die höchste Aktivierung hat, bestimmt sozusagen dann das Ergebnis des neuronalen Netzes. Schauen wir uns das Ganze in Keras an. In Keras ist MNIST verfügbar. Alles, was man tun muss, ist, das entsprechende Paket zu importieren. Als nächstes laden wir die Daten und binden sie an diese vier Variablen. Also der Datensatz ist unterteilt bereits in diese zwei Teile, Trainings- und Testdaten. Und jeder Teil hat sowohl die Bilder, das sind die X-Daten, als auch die Labels, das sind die Y-Daten. Schauen wir uns mal die Shape der entsprechenden Daten an. Wenn wir uns das ausgeben, sehen wir, dass die Trainingsdaten ein 60.000 mal 28 mal 28 Tensor sind. Und die Y-Daten sind ein ganz normaler 60.000 Stellen großes, großer Array. Ja, wie kann man sich das am besten vorstellen? Wir haben also solche Matrizen vom ersten Bild, vom zweiten Bild und so weiter. Und hier das 60.000. Bild und das Ganze ist ein Tensor insgesamt, weil wir hier eben 60.000 Einträge haben, sodass wir hier eine Shape von 60.000 mal 28 mal 28 haben. Und in den Y-Daten haben wir einfach einen Vektor von den entsprechenden Ergebnisszahlen. Also zum Beispiel, wenn das erste die Ziffer 0 ist, haben wir hier eine 0 stehen. Wenn das zweite die Ziffer 5 ist, haben wir hier eine 5 stehen und so weiter. Und wenn das letzte die Ziffer 3 ist, dann haben wir hier eine 3 stehen. Die Shape ist hier 60.000. Falls Sie sich wundern, dieses Komma hier dient lediglich dazu, Python zu signalisieren, dass es insgesamt ein Tuple ist und keine einfache Zahl. Okay, jetzt haben wir verstanden, was das für Tensoren sind. Jetzt schauen wir uns vielleicht mal das erste Trainingsbeispiel an. Und da sehen wir eine Menge Zahlen. Und wir sehen vor allen Dingen, dass diese Zahlen zwischen 0 und 255 rangieren. Wir schauen uns vorher aber noch ganz kurz die Labels an. Ich gebe mal die ersten 10 Einträge von einem Array aus. Und da sehen wir, okay, das erste Bild soll die Ziffer 5 darstellen, das zweite die Ziffer 0. Das können wir uns auch rendern lassen, wenn wir uns Matplotlib hinzuziehen. Dann können wir folgendes Plotkommando, ImageShow, verwenden. Und dann sehen wir hier auch die Ziffer 5 beim ersten Trainingsbeispiel. Wenn wir uns das zweite anschauen, dann müsste da eine 0 erscheinen. Was wir jetzt machen, um die Daten vorzubereiten für ein Training, sind zwei Dinge. Das erste ist, dass wir die Daten normalisieren. Wir sagen einfach, Xtrain ist gleich Xtrain geteilt durch 255,0. Und das gleiche für Xtest. Und was das bewirkt, ist eben, dass die Werte der Matrizen nicht mehr zwischen 0 und 255 rangieren, sondern zwischen 0 und 1. Das werden wir beim neuronalen Netz noch sehen, warum das sinnvoll ist. Wir schauen uns wieder das erste Trainingsbeispiel an und checken das kurz. Und wir sehen jetzt hier, dass die Werte tatsächlich zwischen 0 und 1 jetzt liegen. Und wir müssen das immer für die X-Werte machen, natürlich nicht für die Labels. Für die Labels müssen wir aber etwas anderes tun. Wir sehen jetzt hier, dass das neuronale Netz, was wir später bauen möchten, zehn Ausgabeneuronen haben. Unsere Datenlage sieht aber zurzeit so aus, dass wir für die Ziffer 5 hier zum Beispiel eben die Zahl 5 vorliegen haben. Stattdessen möchten wir lieber folgenden Vektor haben, nämlich einen Vektor der Länge 10, der an der Stelle mit dem Index 5, das ist hier die sechste Stelle, weil 0 die erste Stelle ist, also die Stelle mit Index 5 soll eben eine 1 enthalten und der Rest 0. Man nennt das auch One-Hot-Encoding. Und natürlich liefert uns Keras da eine Service-Funktion, die das relativ schmerzlos leistet. Dazu importieren wir die Funktion 2Categorical. Das ist im Grunde genommen eine One-Hot-Encoding. Was wir dann tun können, ist, wir können unsere Labeldaten, ja, zur Erinnerung, das ist Y-Train, das sind die Labels der 60.000 Trainingsdaten, und Y-Test, das sind die Labels der 10.000 Testdaten, die schicken wir in diese Funktion 2Categorical. Jetzt prüfen wir erstmal die Shape dieser beiden Datenstrukturen und jetzt schauen wir uns zur Kontrolle auch noch den ersten Eintrag von Y-Train-One-Hot an. Und jetzt sehen Sie hier, wenn Sie hier durchgehen, 0, 1, 2, 3, 4, 5. An der Stelle 5 steht die 1, überall sonst steht die 0. Jetzt müssen wir noch eine letzte Änderung machen. Wenn wir uns nochmal anschauen, welche Shape X-Train hat, dann sehen wir, dass wir 60.028x28 Matrizen haben. Wir möchten aber tatsächlich diese 28x28 Matrizen linearisieren, so wie hier, ja, dass eben die Zeilen einer Matrix sozusagen hintereinander gestellt werden und wir nur noch einen Vektor oder ein Array der Länge 784 haben. Und das können wir ganz einfach mit der Funktion Reshape machen. Wir sagen einfach X-Train, Reshape. Und da wir wissen, dass 28x28 784 ist, können wir das einfach so hinschreiben. Alles, was NumPy in diesem Fall macht, ist, einen entsprechenden Eintrag zu machen. Die Daten werden ja intern sowieso linear, also hintereinander, gespeichert. Damit das Ganze auch geändert wird, müssen wir das so hinschreiben. Und das Gleiche machen wir für X-Test. Genau, und jetzt machen wir noch einen kurzen Sanity-Check. X-Train hat jetzt diese Shape. X-Test hat jetzt diese Shape. Und das Ganze nennen wir auch linearisieren. Okay, und jetzt sind wir soweit. Jetzt könnten wir mit dem Training eines neuronalen Netzes beginnen.